hallo meine mountainbiketour hoch auf den rammelsberg im harz führt mich zu coolen ausblicken vielen panoramen und tolle abfahrten und nun viel spaß hallo und willkommen auf meiner mountainbiketour ich befinde mich am ortseingang von gosla und ich möchte heute gerne auf den rammelsberg fahren der rammelsberg ist so der höchste direkt anliegende berg an der stadt gosla und der ist bekannt für seinen erzbergbau der dort über jahrhunderte statt gefunden hat ja der rammelsberg hat 635 meter höhe ist so ordentlich hoch und da werde ich mich jetzt mal hoch schrauben ja da gibt es vieles interessantes zu sehen lasst euch überraschen und nun viel spaß so 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hinter mir liegt der Rammelsberg, der Berg, den es zu erklimmen geht. Dort muss ich hoch. So, hier ist der überaus beliebte Aussichtspunkt, der blaue Haufen. Hier unten kann man spazieren gehen, es gibt unterschiedlichste Wege und man hat einen super Ausblick auf Goslar. Ich mache euch ein Foto, dann geht es gleich weiter. Das kann man wohl wahrhaftig Panorama-Tour nennen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich ungewollt abgekürze. Das heißt, dass ich eigentlich den Weg da unten runter hochfahren sollen. Aber jetzt spare ich irgendwie einiges in Strecke. Aber das ist echt fies steil hier. Wir haben es jetzt. 20% Steigung. So, ich bin jetzt ganz oben auf dem Rammelsberg. Das heißt, hier hinten geht es noch ein paar Meter hoch. Mein Tappensack ist 620 Meter. Und man sieht jetzt hier unten schon ganz schön Goslar. Da haben wir ja von unten eben gerade ein Foto gemacht. Und hier hinten ist Oker. Und ja, das war echt anstrengend. Und ich bin total froh, dass ich hier in einem Stück ohne Anhalten hochgekommen bin. Und ich bin total froh, dass ich hier in einem Stück ohne Anhalten hochgekommen bin. Ich bin gerade noch ein paar Meter hier runter, die Wiese runtergegangen. Und von dort hat man natürlich ein noch schöneres Panorama. Und ich habe euch mal ein Foto davon gemacht. Hier sieht man, dass hier ist, diese steile Wiese wird auch genutzt. Und zwar ist das hier ein Startgebiet für Gleitschirme. Bei schönem Wetter, da hat man hier die Gleitschirme am Himmel. Und die starten von hier oben. So, und jetzt habe ich genug Pause gemacht. Jetzt geht es weiter wieder runter. So, das Stückchen hat meine Fahrkündigste mit Abstand überschritten, sodass ich dann lieber runtergeschoben bin. Ich gehe da lieber kein Risiko ein. Also das wäre jetzt too heavy gewesen. Hier ist der nächste Aussichtspunkt. Wir befinden uns bei Rammseck. Und vielleicht erkläre ich mal die Geschichte, wie der Rammelsberg seinen Namen nach der alten Sage bekam. Gab es hier den Ritter Ramm vor vielen, vielen Jahren, der hier Pause gemacht hat. Und sein Pferd hat auf den Boden gescharrt und hat dabei eben Erz freigelegt. Ja, soviel zur Sage. Wir machen ein Foto und dann geht es gleich weiter. Wir befinden uns hier auf den Blockschuttheiden. Das heißt also hier hinter uns und unter uns und so weiter, das sind alles Schuttheiden vom Bergbau. Also hier wurde quasi der Abraum hingebracht. Und man hat hier nochmal einen super Ausblick über Goslar. Und hier oben steht auch so ein komisches Haus. Und hier oben steht auch so ein komisches Haus. Und hier oben steht auch so ein komisches Haus. Und hier oben steht auch so ein komisches Haus. Und hier oben steht auch so ein komisches Haus. Hier ist das ehemalige Bergwerk am Hammelsberg. Das ist eine riesige Anlage, die über viele, viele Jahrhunderte hierherz geschürft hat. Das sind die 80er Jahre, meine ich, und die jetzt allerdings aufgegeben ist. Und ja, man kann hier noch Führungen machen, man kann hier noch in den Berg einfahren als Tourist. Das ist wirklich schön hier und das ist wirklich sehenswert hier. Und hier gibt es auch manchmal Spezial-Events wie Weihnachten am Berg oder sowas. Und als Goslar-Besucher durchaus interessant. Musik 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 ich bin wieder am startpunkt meiner tour angekommen die tour war herausfordernd an der einen oder anderen stelle sehr sehr herausfordernd mir auch zu herausfordernd aber sie hat also wirklich spaß gemacht und die aussicht war wirklich phänomenal und ich muss sagen jetzt sie war echt cool ja ich hoffe sie die tour hat euch auch spaß gemacht ich danke euch fürs zuschauen vielen dank und bis zum nächsten mal tschüss